Hier sehen wir ein Bungalow-Doppelzimmer. Die Toiletten sind alle gleich in beiden Wannen. Das ist alles Mini-Bais mit dabei, Fernseher, großes Doppelbett. Da draußen kann man auch schön sitzen, kann den Sonnenuntergang schön genießen. Wir machen das. Wir machen wir hier ganz schön. Vorher geht's together. Wir machen jetzt ein Bungalow-Doppelzimmer und mit den Kumpel Lägen. Wir machen gerne noch. Doppelzimmer. Vielen Dank.